Was ist das Geheimnis von Top-Unternehmen in der Pflege, sprich Pflegeheime, Pflegedienste, Krankenhäuser, die eine gute Personalsituation haben, die vakante Stellen immer schnell besetzen, die genügend Leute haben, die genügend Leute im Bewerbungsprozess haben und genug Leute einstellen können. Was ist das Geheimnis? Darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Herzlich willkommen, mein Name ist Michael Moskal von Pflegekraft.de und wir haben mittlerweile über 200 Unternehmen in der Pflege weitergeholfen, Personal zu gewinnen, qualitatives Personal, qualitative Bewerbung zu erhalten und zu schauen, wie bekommen wir jetzt mehr Leute, die wir auch erfolgreich einstellen können. Und hier haben wir natürlich auch identifizieren können, was ist so das Geheimnis von den Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind. Und ich möchte sie da nicht lange auf die Folter spannen, sondern es direkt sagen. Und zwar ist es so, die Unternehmen, die wirklich erfolgreich sind, die werben die ganze Zeit und signalisieren die ganze Zeit, dass man sich bei ihnen bewerben kann und hören nicht auf, im Markt präsent zu sein, bei den Pflegefachkräften präsent zu sein, wenn der Bedarf gedeckt ist. Was bedeutet das? Das heißt, wenn sie eine gute Personalsituation haben, dann sollten sie sich nicht darauf ausruhen, sondern dann sollten sie schauen, okay, wie sind wir weiterhin präsent, über welche Kanäle können wir weiterhin Aufmerksamkeit erzielen und wie können wir trotzdem dafür sorgen, dass wir weiterhin Bewerber bekommen. Weil sie müssen den Leuten ja nicht direkt absagen, die jetzt zum Beispiel bei ihnen eingehen und sagen, sie können jetzt gerade nicht einstellen, sondern sie können mit denen ins Gespräch gehen und sie in einer Art von Talente-Pool zum Beispiel aufnehmen. Das bedeutet, sobald sie wieder vakante Stellen haben, können sie sich auf diese Bewerber beziehen und können diese Stellen viel schneller besetzen. Und es ist immer ein positives Signal, sogar in der Pflege, dass sie dem Bewerber sagen, hey, ja, sie sind Pflegefragkraft und sie haben sich jetzt auf diese Stelle beworben, aber da sind wir aktuell voll. Leider können wir ihnen nichts anbieten und die Situation ist sehr, sehr gut. Gerne können wir uns aber in Zukunft bei ihnen melden. Ich weiß nicht, wann das ist, aber da würden wir sie nochmal informieren und dann können wir nochmal gemeinsam schauen. Und dieses Signal bekommen Pflegefachkräfte sehr selten, weil die melden sich immer nur quasi bei Betrieben, die Händeringen suchen, die jeden einladen, der geradeaus gehen kann, sage ich jetzt mal und irgendwie eine Qualifikation hat. Und wenn sie jetzt auf einmal eine ganz andere Botschaft haben, also auch bei Bewerbern oder auch natürlich im Marketing, dann ist das ja ein Riesenvorteil und damit können sie sich vom Wettbewerb abwägen. Es ist natürlich auch wichtig, dass sie nicht die ganze Zeit mit der Botschaft dann nach außen treten und sagen, hey, wir suchen, wir suchen, wir suchen, wenn es nicht so ist. Sie sollten sich dann Gedanken machen im Marketing. Wie können wir diese Situation besonders ausnutzen? Was können wir dann vielleicht an unserer Botschaft ändern? Wie können wir die Neugierde von Pflegefachkräften wecken aus der Region, dass sie sich bei uns melden? Mehr Initiativbewerbungen zu bekommen, also dass sie da mehr Initiativbewerber erhalten. Und dementsprechend können sie dann mit diesen Bewerbern eher in der Zukunft zum Beispiel arbeiten. Natürlich, wie gesagt, nehmen sie Kontakt auf, sprechen sie mit denen, geben sie dieses positive Signal an die Bewerber, dass es ihnen gerade gut geht und bieten sie an einfach, dass sie sie in Zukunft nochmal anrufen. Und da sagen die meisten Leute natürlich ja. Und dann haben sie dafür gesorgt, dass ihre Einrichtungsleitung, Pflegedienstleitung immer Bewerber parat haben, wenn jetzt zwei Leute gerade zum Beispiel schwanger geworden sind und sagen, hey, wir brauchen neue Leute oder wenn jemand Langzeiterkrankt ist. Oder sie wissen selbst, viele Leute gehen in Rente bald in Zukunft. Wie sind sie überhaupt von der Struktur aufgestellt? Selbst wenn sie jetzt gerade das Personal nicht brauchen, sollten sie die Aufmerksamkeit von den Fachkräften aus ihrer Region gewinnen. Und viele Unternehmen haben sogar die Möglichkeit, über ihren Stellenplan einzustellen. Weil wenn das refinanziert wird, wenn sie da keine Begrenzung haben, dann sollten sie das natürlich nutzen. Und wir haben sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen bei uns in der Betreuung, die das erkannt haben und die stellen einfach über ihren Stellenplan ein, weil sie das refinanziert bekommen. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil sie so eine Situation schaffen in der Pflege, die besonders gut ist. Und vor allem in den Gesprächen mit Bewerbern ist das ein Riesenargument, ein Riesenvorteil, der wirklich sehr überzeugend ist. Und sie müssen natürlich schauen, welche Rahmenbedingungen gibt es, was bietet oder welche Umstände gibt es gerade, die sie unbedingt nutzen sollten. Und diese erfahren sie natürlich nur, wenn sie wirklich mit erfolgreichen Unternehmen in Kontakt sind, wo sie wissen, hey, was machen die? Wie gibt es welche Refinanzierungsmöglichkeiten gibt es da? Und, und, und. Also auf solche Sachen sollten sie auch unbedingt zurückgreifen. Die erfolgreichen Unternehmen haben es verstanden, die werben die ganze Zeit durch, die sind präsent, sie wechseln ihre Botschaft, sie zeigen nach außen, dass sie existieren, sie sind wirklich sichtbar und wecken die Neugierde von den Fachkräften und bieten dann noch dazu natürlich attraktive Arbeitgebervorteile. Und gerade wenn der Bedarf gedeckt ist, sind sie in einer wunderbaren Situation, in der ein normales Unternehmen sein sollte. Es ist kein normaler Zustand, dass sie die ganze Zeit Leute suchen müssen, dass sie darauf angewiesen sind, dass ihre Pflegekräfte überlastet sind und sie dann immer suchen, sondern der normale Zustand sollte sein im Unternehmen, dass sie gut besetzt sind, dass alle genügend Zeit haben zum Beispiel in der Pflege und das ist erstrebenswert und das ist auch möglich, wenn sie wissen, auf welche Strategien sie zurückgreifen sollten, auf welche Kennzahlen sie intern gucken sollten, um sich da dementsprechend zu verbessern und wenn sie hier Beratung wünschen, dann melden sie sich gerne unter www.pflegekraft.de. Bis zum nächsten Video, ihr Michael Moskau von Pflegekraft.de.